Wir sehen, dass wir Fälle von Asyl-Sozialbetrug haben, die vollkommen inakzeptabel sind. Jeder einzelne Fall ist ein Fall zu viel, aber wir haben Fälle, in denen das massenhaft begangen wird. Wir wollen, dass die Möglichkeiten der Ausweisung und der Abschiebung hier erleichtert werden. Wir wollen, dass auch der Sozialbetrug in den Katalog der Straftaten aufgenommen wird, bei denen Ausländer erleichtert in ihre Heimat zurückgeführt werden können. Untertitelung des ZDF, 2020